Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Ja, die reden zu viel. Ich muss es so machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Plague Tale Innocence. Ich habe gedacht, die reden vielleicht ein paar Sekündchen und dann kann ich eine Begrüßung machen. Aber so scheint es nicht. Es waren 25 Sekunden vorbei. Es hat nicht aufgehört. In diesem Sinne, willkommen zurück. Wir müssen Nikolas, dem Kollegen, der unseren Vater getötet hat, folgen. Ad-Ignem. Wunderbar. So, geh weg. Hopp, hopp. Warum bleibt der stehen? Naja. Mir egal. Wir folgen ihm. Er wird uns direkt zum Ziel führen. Ich sollte vielleicht nicht zu nah an ihn rangehen. Auch wenn er durch seinen Helm gefühlt gar nichts sieht. Hm, der Innenhof. Mein Gott. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Ja, wunderbar, oder? Scheiße, wo geht er hin? Oh mein Gott. Scheißdreck. Guck mal, er bleibt stehen. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Ja, nichts Schönes, würde ich mal behaupten. So, lass ihn vorbeilaufen. Die Wache sollte sich bitte positionieren. Oh shit, der kommt hier hin. Holy crap. Ja, ich kann nicht. Och nein, ist das dein Ernst? Wo ist er hin? Ja, ach Gott. Hä? Ja, aber wie komme ich denn... Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Das fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Was ist jetzt mit dem Alchemisten? Geht er noch weg, oder? Nee. Natürlich nicht. Hm. Aber wie will ich denn da... Moment. Dreh dich um. Ah. Nein, ihr seht nichts. Ja, 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 ja. Och, ich wurde entdeckt. Fuck me. Aber wo soll ich denn... Das ist keine einfache Stelle. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Ja, ja, ja. Wir kennen die Story. Er hat nur Sinn für Humor. Da ist auch eine Wache. Ja, ja, ja. Was wird er mit dir machen? Hm. Hier sollte es gehen, oder? Der kommt ja jetzt hier vorbei. Sehen tut er mich nicht. Das ist ja schon mal ein schönes Zeichen. Er sollte mich auch nicht sehen, oder? Oh, shit. Okay. Okay. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Das ist aber schön. Das ist sehr schön. Ist es jetzt ein Kontrollpunkt hier? Ja, ist es. Dass der nicht merkt, dass der verfolgt wird, das... Aber sollte man doch... Merken, oder? Nein, woanders lang. Schnell. Ah, fuck. Fuck. Wie ich bereits sagte, wird diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschaut. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden. Ja, schön. Ah, hier geht's durch. Es ist nur eine Frage... Kontrollpunkt. Wunderbar. Ja, beten. Das... Gefunden. Okay, neuer Versuch. Bin ich denn jetzt hier? Ah, no, no, er war auf der anderen Seite. Okay. Aber hier geht's allem anscheinend nach durch. Ich glaube, ich... Sag mal, eure Neure... Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Okay. Hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Ach Gott. Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Hahaha. Sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Aber wo soll ich denn durch? Hm. Okay, und weg hier. So. Sieht er mich? Er ist mit dem Rücken zu mir. Der Alchemist ebenfalls. Okay. Dann kriechen wir mal hier schön durch. Und holy fucking shit. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Ach, du heilige Scheiße. Und er lässt sie da einfach reinfallen. Oh Gott. Das will ich nicht sehen. Nee, nee. So, es geht immer weiter runter. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir sind bei den... Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ja, jetzt müssen wir wieder einen anderen Weg finden. Lass mich raten, oder? Geht die Tür hier auf? Natürlich nicht. Okay. Ah, hier geht's durch. Okay. Folterknecht. Natürlich ist sie in der Nähe. Aber wo ist denn der Senior Nikolas? Müsste doch hier sein, der Kollege. Was haben wir hier? Das ist nichts. Okay, dann geht's wohl hier durch. Ist hier... Aber wir haben ihn auf jeden Fall wieder gefunden. Wo ist er? Oh ja, der sieht nicht mehr gesund aus, ne? Halt deinen Maul. Halt jetzt deinen Maul. Ich hab keine Zeit für Smalltalk. Magistra der Ruhe. Ja, redet mit. Zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gappen hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh, fuck. Ja, dann verstecken wir uns hier. Ist okay. So, geh weg, mein Lieber. Es war ja ein kurzes Gespräch, ne? Geredet hat sie ja nicht wirklich. So. Dann gucken wir mal. Wo ist sie? Hier. Hallo? Hallo? Ah, Mama. Hugo? Aber... Sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. haben sie dir Blut abgenommen. Oh, mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut. Dann los. Geh. Das ist doch mal eine Wende. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Ja, ja, ja. muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nikolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach ein Fass. Das sehe ich mir genau. Äh, okay. Da, ich dachte, da kann ich durchlaufen. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Ja, ja, das sagt sie jetzt jedes Mal. Muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nikolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Ja, wunderbar. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Imponisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Ja. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität. Ergebnisse. Ein Folterknecht muss effizient sein. Kein unnötiges Mittag. Was soll ich denn machen? Soll ich das wegbewegen, oder? Hm. Keine Ahnung, was mir das bringen sollte. Wenn nur Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Ja, doch. Eigentlich brauchst du sie schon. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht nützt das was. Hm. Was ist das denn hier? Wie ist das die Folterkammer? Denke schon, ne? Oh, hier drüber. Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. Oh, der ist für die Käfige. Was ist für die Käfige? Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir doch nach unten, oder? Und befreien die Ratten. Aber wie komme ich runter, ohne dass ich springen muss? Kann er das einfach so? Ne, das kann er nicht. Okay. Ah, hier ist ne Leiter. Lul. Haha. So, meine lieben Ratten. Hm. Nicht entdecken lassen, Hugo. Nicht entdecken lassen. Und hopp. Die Frage ist, wo ist denn der Schlüssel? Mal, wie sie abhauen. Schlüssel. Hallo. Hm. Was ist das da? Ach so, ich dachte, das sind irgendwie Köpfe oder so. Ähm, der Schlüssel. Ich muss die Ratten vertreiben. Ja, ja, darum haben wir ja das Licht. Laternen. Sie mögen keine Laternen. Das ist richtig, aber gehen wir mal schnell hier durch. Moment. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Ah, da ist der Schlüssel. Guck mal. Ich hab mir fast den ganzen Weg schon geebnet. So. Funktioniert, oder? Her mit dem Schlüssel. Ja, siehst du, amies, ja, Mama wird... Au, mein Gott. Oh! Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Nicht jetzt, Ugo. Nicht jetzt. Nachher kannst du schreien und leiden, wie du willst. Dann ist es mir egal. Aber geh einfach zu dieser gottverdammten Zelle, okay? Ohne drauf zu gehen am besten. So. Natürlich funktioniert's. Was hast du denn gedacht? Ah. Shit. Aber wo soll ich denn durchgehen? Lol. Moment. Sie können eben nicht durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen, Nazianne. Ja, ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Vielleicht schon. So. Ja, das... ist ein Weg, aber... Das ist nicht der komplette Weg. Ha. Dann muss ich die hier wahrscheinlich jetzt noch richten. So. Aber da kommen sie wieder durch. Oder? Ja. Einfach durchrennen. Komm, komm. Na, ja, sehr gut. Bisschen Risiko muss man auch nehmen. Sehr gut. Komm, schnell. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Held. Wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie... Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Nein. Nein. Oh, dieses Geräusch. Imperium. Ugo kann jetzt Rattenkontrollinhalte L-T gedrückt, um zu zielen und dann L-T, um die Ratten zum Zielbereich zu schicken. Okay. Das hat er jetzt einfach so gelernt. Bewegt euch mal. Bewegt euch mal. Weg da. Ey. Blöden Ratten. Komm, geht da rein. Ey. Geht da rein. Ja, aber... Kann ich auch laufen? So, ihr müsst jetzt da hingehen. Alle zusammen. Ich hab gesagt, ihr geht da hin. Ach, motherfucker. Ja. Oh, hä? Aber ich check's nicht. I don't get it. Ja, ja, ja. Imperium, bla, bla, bla. Gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es... Es funktioniert. Aber ich weiß nicht, wo ich sie hinschicken soll. Vielleicht irgendwo da... Sehr gut. Siehst du? Komm. Mein Kopf, wir sind weg. Das war die Makula. Doch du hast hier geantwortet. Lass uns gehen. Aiaiaiai. Ah, sie gehen wieder. Lol. Aber weil ihr Licht ist. So, los. Lauf nur, du Feigring. Du hast wohl Angst, was? Wego. Das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Und jetzt? Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Ugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe. Eine Gabe, ja. Also das ist für mich keine Gabe. Aber das ist meiner Meinung nach einfach nur kranke Scheiße. Ha. Du hast sie gefunden. Ja, ja, ja. Das auch. Jetzt müssen wir hier raus, oder? Mutter, du bist groß. Du kannst die Tür... Ach Gott. Könnt ihr nicht schneller laufen? Oh, da hat es noch Wachen. Jetzt haben wir hier. Es wäre doch einfach, wenn ihr einfach so Speere mitnehmen und die aufspießen. Was ist denn da dran das Problem? Weiß ich doch nicht. Oh. Ähm. Ratten? Kommt her. Oh fuck, die kommen ja nicht ins Licht. Lol. Vergessen. Ja, 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 ja. So. Und durch sind wir. Wunderbar. Du machst das super, Ugo. Äh, jetzt. Was machen wir mit euch? Bleibt alle da hinten. Bis ich im Licht bin. So. Die Wache, die checkt gar nichts. Das ist sehr gut. Der ist halt einfach blöd. So, jetzt müssen wir mit dem Licht noch ein bisschen spielen. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Hm. So, meine lieben Ratten. Oder machen wir es mal so. Ja, du bist eine blöde Ratte. Okay. Na dann. Habe ich sie noch unter Kontrolle? Ja. Sehr gut, Ugo. Du bist ja doch sowas zu gebrauchen. Ja, das schaffen wir jetzt mit dieser Kraft, ne? So. Geht mal weg hier. Bis ich im Licht bin. Danke. Ach, fuck. Noch lange nicht alles. So. Nein, lasst mich in Ruhe. Äh, 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 äh. So, hier geht's rein. Oh, nein, 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 nein. Ugo. Ugo. Ugo ist gestorben. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Ach, scheiße, hä? Kann ich die nicht ins Licht schicken? Nee, also. In den Tod kann ich die Ratten nicht schicken. Das ist natürlich schade, weil. Finden wir die Dinger töten. Ähm. Geht mal alle hier hin. Oh, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, die rennen dann direkt weg. Scheint nicht so, ha? Was kannst du dir noch oft fragen, meine Liebe? So. Ich geh halt immer als erstes hier hin. Um mich neu zu positionieren. So. Schade, kannst du sie nicht irgendwie komplett wegschicken. Das wird natürlich angenehm gewesen. Was ist hier los? Ach Gott. Geht es dir noch gut, Ugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Warte mal, wir müssen zur Fackel gehen. Nein, 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 nein. Oh. Wie soll ich denn diesen Punkt hier machen? Lol. Hä? What the fuck is going on? Ja, du musst es sich jedes Mal fragen. Wir wissen es nicht, was sie vorhaben. So. Ich meine, da ist ja Licht. Also. Weiß ich nicht, was euer scheiß Problem ist, ne? So. Stehen das verdammte Licht rein. Okay. Gut. So. Ich schicke euch jetzt alle mal dahin. So. Und jetzt bin ich im Licht, oder? Genau. Wunderbar. Okay. Ah. Das ist schon, äh... Bisschen nervenaufreibend, die ganze Sache hier, ne? So. Einfach rückwärts laufen, oder? Genau. So. Jetzt hat der Junge nur den Streit im Kopf. Kollege, du kannst die Ratten zähmen. Du kannst die Pest zähmen. Ist das nicht da, wo der Großinquisitor war? Oh, scheiße. Nicht gut. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Rune. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolaus. Ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Delon zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Oh Gott. Sie kommen. Was soll ich denn machen? Äh, okay. Ratten. Kommt her. Äh, und tot ist sie. Ciao, ciao. Beatrice ist gestorben. Ich muss die Ratten auf ihn locken, oder? Sag jetzt nicht, es kommt jedes Mal dieses Scheiß-Video. Wir halten sie mir überspringen. So. So, mein Lieber. Komm her. Kommt da noch einer. Oh, shit. Dir gehört gar nichts. Weg mit euch. Scheiß auf euch. Fress sie. Was, Bogenschütze? Führ dir den Bogenschützen. Los. Los. Heilige Scheiße. Stirb. Du auch? Weg mit dir. Also, Bogenschütze. Verdammte Scheiße. Nein, 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 nein. Hugo, du machst, was deine Mutter dir sagt, okay? Ein gutes Kind macht, was die Mutter sagt. Genug. Genug. Hugo, sag doch was. Sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Also du hässlicher alter Mann, ey. Wirklich. So. Kapitel 15. Andenken. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder mit dem neuen Kapitel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss meine Lieben.